Herr Kohler, wir sehen uns in der ersten Halbzeit defensiv sehr gut gearbeitet. Wir haben Räume gut zugestellt. Was uns da gefällt hat, war, wenn wir den Ball gekämpft haben, dass wir mehr Ruhe haben, dass wir mehr nach vorne geriert haben. Das haben wir versucht, in der Pause anzusprechen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann gleich mit einem Fehlpass dem Gegner das Tor eingeleitet. Ich denke, es war unnötig und da hätten wir auch konzentrierter sein müssen. Wir haben dann noch versucht, ich glaube, es war dann relativ ausgeglichen, nach vorne zu kommen. Wir hätten eventuell sogar Elfmeter bekommen müssen. Ich weiß nicht, warum die Schiedsrichter hier in Afrika auch mit dem war, weil der ist ja da, dass man den eigentlich kontaktieren kann. Und ich weiß nicht, ob er Bescheid bekommen hat, aber nicht mal den Anschein macht, weil in der Box drin ist es eigentlich normal, wenn da was passiert, dass man das anschaut und dementsprechend dann klärt. Und ich glaube, das hat man gar nicht gemacht und das verstehe ich nicht. So, I think we played well in the first half, especially in the defensive, in the defense. And we closed all the rooms and spaces in the first half. What we missed, we had to be much calm when we have the ball and to do much more in the offensive. So, I spoke with my team in the cabin. Unfortunately, we got a goal very early in the second half through a mistake of us, a missed pass from us. And I think it was not necessary to do such a mistake. After this goal, the game was equal between both teams. I think we had earned a penalty by the end of the game. I don't know why the referees in Africa don't contact the VAR. There is VAR and you don't contact the VAR in such situations. It was very obvious for me. And I think it's very necessary for the referees to contact the VAR, especially when anything suspicious happens in the box. But he didn't do this and unfortunately we lost the game. Thank you, Coach. We'll take a few questions. Okay, that's fine. Go ahead. Thanks. We did a lot of work. You know, I don't have a point to go. Ich weiß nicht, die Regierung in Afrika. Warum? Ich gehe nicht zum VAR. Warum nicht auf den VAR? Warum nicht auf die Korte auf die Korte? Die Korte war sehr stark. Wenn ich nicht auf die Korte war, war es wichtig, war es wichtig, zu sehen. Das ist etwas, was ich in Afrika nicht zu sehen. Ich bin nicht auf die Korte auf die Korte. Die Korte war sehr stark. Do you have any takers for the first question? Can we have the microphone at the front, please? Coach Akadeho from The Citizen. As much as you're not happy with the refereeing, but how do you look at the second leg? I mean, is it still in the balance with 1-0? How confident are you of overtending this narrow lead? Ja, es ist klar, dass wir da noch Chancen haben und wir werden natürlich auch alles dafür zu tun. Ist richtig das 1-0. Also ich bin sicher, dass wir auch in Kairo Tore schiessen können. Und dementsprechend werden wir uns vorbereiten. Es ist ja nicht viel Zeit. Es sind ja nur die zwei Tage dazwischen. Und es ist wichtig natürlich auch Regeneration, aber dann fürs Rückspiel bin ich überzeugt. Ich hoffe, das Stadion wird gut besetzt sein und die Fans werden uns tatkräftig unterstützen. Ich denke, wir haben natürlich auch die Chance. Wir werden uns für die Chance für unsere Chance für unsere Chance für den Spiel in Kairo. Ich bin sicher, dass wir uns in Kairo scoren werden. Ich weiß, dass es nur zwei Tage zwischen beiden Spielern ist. Aber wir werden unsere Besten machen. Wir werden sicher, dass unsere Fans in der Stadion werden uns unterstützt. Wir werden uns für die Chance machen machen und machen alles. Wir werden uns für die Chance machen machen. Vielen Dank. Coach, this is your third game against Sundowns and you still haven't won. What about them makes them such a difficult team for you to get the better off in terms of their tactics? Yes, they also play in South Africa on a top level. And of course, they are also always close to winning the titles. They are a top team and we will try to qualify in Cairo on the 1st of November. A very easy answer because Sundowns is a very good team. Sundowns is a very tough team, a very good team. They are playing in top level. They are always very close to getting titles. So Sundowns is a good team. But we are going to do our best in the game in Cairo to qualify to the final. The last question for the coach there to pick. My question to you, coach, is what makes Alali such a difficult team to break down in Cairo? Because the team losing away is not something dramatic, but they always tend to find a way to come back in the return like in Egypt. What makes Alali such a difficult team to break down in Cairo on the 1st of November? Yes, I think that is for every team, who is at home, Sundowns is also a good team to feel at home. Sundowns is also a good team to be able to feel at home and to be able to feel at home and to be able to feel at home. Every team playing at home is stronger. You feel at home and that's why you can do more. You have more power, especially with your fans at home. They are supporting you, they are giving you power to do more. Exactly like Sundowns at home is also a big team. So every big team at home is always tough and strong. Thank you, coach. And you show the best in Cairo. Thank you. Thank you.